Hallo ihr Lieben, Christian Nemschemeier, Partner, Beziehungscoach, frisch vom Sport. Genau, aber ich habe gerade Bock ein Video zu machen, deswegen da kennen wir ja nichts. Geht um das Thema, die Zeitlinie von toxischen Beziehungen schließen. Ja, ich lese einfach mal eine E-Mail vor dazu, eine sehr schöne, die gekommen ist heute. Von Chilanka und sie schreibt Lieber Christian, ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich für deine Arbeit bedanken. Ich bin vor einem Jahr nach 10-jährigen Singlersern in eine Beziehung mit einem Mann geraten, den ich von früher kannte. Du müsstest vielleicht auch mal gucken, ob du, wenn du willst, 10 Jahre Single, war das gewollt, bist du vielleicht auch so ein bisschen Flüchter, weil auch viele Flüchter mit Ländern zusammenkommen. Just saying, genau, in eine Beziehung mit einem Mann geraten, den ich von früher kannte. Ich fand die Beziehung super und war richtig glücklich, bis mir vor einigen Wochen per E-Mail mitgeteilt wurde, dass man mich nicht mehr liebt und dass diese Beziehung beendet sei. Ja, erstmal ist doch super, dass 10 Jahre gut gelaufen ist. Das ist meine, man weiß nie, man steckt nicht drin irgendwie. Aber gut. Ich habe während dieser Beziehung schon oft deine Videos angesehen. Leider, also wenn ich mich freue, dass ihr meine Videos guckt, solltet ihr auch gucken, ist ja mein Lebensende, aber ist immer so ein Zeichen, wenn man meine Videos guckt. Das hätte ich mir natürlich schon einiges verraten können, ja genau. Aber nach der Trennung natürlich noch öfter. Ich habe auch gleich den Kontakt abgebrochen, ihn geblockt und mich um mich gekümmert. Das ging erstaunlich gut. Nach jahrelangen narzisstischen Krümelbeziehungen war ich eher auf emotionales Leiden eingestellt. Ja, es ist alles im Kopf. Das muss nicht sein. Das ist ein super Mail, wirklich. Ich war zwar wütend und von dem Kopf gestoßen, toxischer Liebeskummer, aber war es nicht. Ich weiß inzwischen, dass es völlige Verschwendung von Lebenszeit ist, sich zu fragen, wie soll ich in Männer ticken. Also diese Gedanken, die du jetzt hier schilderst, die führen genau dazu, dass der Liebeskummer nicht so krass ist. Ein Fortschritt ist also sichtbar. Das ist auch dein Verdienst. Danke. Drei Aspekte finde ich an deiner Arbeit sehr gut. Ach Gott, Emma. Ich muss das nicht. So, drei Aspekte finde ich sehr gut. Toxische Beziehungen werden systematisch erklärt. Mir hat es sehr geholfen zu verstehen, was da eigentlich mit uns beiden passiert. Ich habe mich vorher schon sehr lange mit meiner Beziehungsgeschichte auseinandergesetzt, aber ich finde deine Erklärung und Theorien sehr passend und hilfreich. Ohne sie hätte ich mich da wieder in einem Strudel von Fragen wiedergefunden, stundenlang alles mit Freundinnen analysiert und mich sehr in Frage gestellt. Ja, also jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist wieso dieser komische Titel dieses Videos? Was du da machst, ist also, mein spirituelles Modul kommt ja bald, aber auch egal, whatever. Auf jeden Fall, was du machst, also du schließt eine Zeitlinie quasi. Also du sagst irgendwie, ja, ich möchte dieser Energie jetzt nichts mehr zu tun haben, irgendwie so. Ich meine, ich bin froh, ich bin dankbar und vielleicht sagst du auch irgendwann mit diesen Menschen froh, dass er mich weitergebracht hat, aber du schließt, weil wir alle können immer wieder wählen mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen, in welche Zeitlinie gehen wir jetzt. Das geht in die Zukunft, geht absurderweise auch, aber darüber, mehr in meinem Kurz, geht absurderweise auch in die Vergangenheit. Aber, was ich persönlich auch echt mega schwierig zu verstehen finde, aber egal. Und du sagst jetzt hier, nein, ich möchte, diese Zeitlinie ist jetzt geschlossen. So, wenn du jetzt stundenlang weiter mit deinen Freundinnen und tagelang und monatelang mit deinen Freundinnen redest, dann läuft die Zeitlinie weiter, selbst wenn du mit diesen Menschen gar nicht mehr zusammen bist, weil du bist immer noch in diesem Energie drin. Und da kann doch logischerweise keine andere Zeitlinie kommen, die vielleicht besser für dich passt, irgendwie. Also, das ist halt, wenn du sagst, nein, also wenn du deine Fersen in den Schnee rammst irgendwie und sagst, kein Bock, dann schließt du diese Zeitlinie und dann entsteht logischerweise eine neue, weil es geht natürlich weiter. Und die neue ist dann, ja, in aller Regel, was wir gleich auch sehen werden, mehr so, wie du willst, weil das Universum ist nicht gegen dich, absolut nicht. Das möchte nur dir helfen und, ja, vermittelt dann halt Lernerfahrungen. Und je schneller wir die lernen, umso, ja, umso mehr können wir unser nice, geiles Leben genießen. Nur mal so, es klappt natürlich nicht immer, also wir sind Menschen und wir sind fehlbar und alle machen Fehler. Also es geht gar nicht um Perfektion oder sowas, überhaupt nicht. Man kann auch langsam ans Ziel kommen oder mal eine Pause machen oder es ist alles nicht schlimm. Manchmal sogar ganz hilfreich. So. Und am Ende erst wusste ich nicht genau, was überhaupt passiert, denn diesmal hatte ich ja eine Beziehung, die meiner Meinung nach funktionierte. Ja gut, es war jetzt sicherlich nicht so schlimm, freu mich auch für dich. Aber genau, wenn wirklich alles funktioniert hätte, hättest du nicht meine Videos geguckt, aber das weißt du. Also da wird sicherlich noch, werden sicherlich noch Erkenntnisse kommen, ja. Zweitens, die zweite Sache, die ich an deinen Videos mag, sind klare Handlungsvorschläge. Ich habe den Kontakt sofort abgebrochen, alles geblockt, Schlüssel retour und muss sagen, es hat sich wirklich sehr gut angefühlt. Auch irgendwie unheimlich. Ja, das ist auch ein Glaubenssatz. Man muss immer ewig Liebeskummer haben, ne. Also wenn du sagst, hey, das, da liebt mich jemand nicht mehr, das passt einfach nicht mehr, ähm, ja, das ist nicht mehr, nicht mehr die Linie, in der ich gerade bin, da kann das auch echt, muss nicht ewig dauern, ne. Es hat immer, hat man natürlich irgendwie Liebeskummer ist ja auch normal und, aber es muss nicht so krass sein, ne. Ich hatte wirklich die Kontrolle über die ganze Situation, das war für mich etwas ganz Neues. Das hätte ich früher nie im Leben gemacht. Auch hier, cheers, drittens, ich finde es vor allem gut, dass das Thema toxische Beziehungen auch mal thematisiert wird. Ich kenne sehr viele Frauen, denen es ähnlich geht wie mir. Gibt auch Männer übrigens, viele, also meine Kursen sind, stimmt, 40% Männer, glaube ich. Nur Männer, ihr seid nicht vergessen, nein, 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 auch wenn ihr auf den Seminaren mehr Frauen kommt. Dürft auch gern zu meinen Veranstaltungen kommen, ist nicht stimmt, tut nicht weh. Ähm, ich kenne viele Frauen, denen es ähnlich geht, Erklärungen sind schwer zu finden und irgendwann ist man die Frau, die immer Probleme mit Männern hat, ja. Das unsichert mich einfach noch mehr und ist auch eher destruktiv. Es ist auch gut zu wissen, dass man da nicht allein auf weiter Flur steht. Nein, wie gesagt, toxische Beziehungen sind Ausdruck eigentlich eines, ja, bestimmten Mindsets oder Bewusstseinsstandes auch in einer kollektiven Gesellschaft. Ähm, was jetzt überhaupt keine Wertung ist, aber das besteht man halt nicht alleine, weil das ein kollektives Thema ist, ja. Wir wollen da ja alle raus, ne, irgendwie, auch manche wissen es vielleicht noch nicht, dass sie raus wollen, aber auch gut. Ähm, herzlichen Dank, also du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich bin noch nie so gut aus deiner Geschichte ausgestiegen und wirklich frohen Mutes für die Zukunft. Eine Anekdote noch zum Abschluss. Nachdem mein Freund Schluss gemacht hat, haben sich aus heiterem Himmel zwei sehr liebe alte Freunde gemeldet, die ich mehrere Jahre nicht gesehen hatte. Ich habe drei große Abschlüsse gemacht und ein Jobangebot, das mir komplett neue Perspektiven eröffnet hat. Ich bin seit sieben Jahren unzufrieden mit meinem Job, mache aber keinen Move. Das ist jetzt die neue Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020